Wir werden den Content nicht reduzieren, wir werden immer nur mehr und mehr herausbringen. Der Plan ist, erstmal eine Audience aufzubauen und dann zuzuhören. Wir können nicht sagen, ob wir in sieben Jahren eine Million Follower haben werden oder ob wir in drei Jahren eine Hunderttausend haben werden. Who knows? Aber der Vorteil, wenn du Aufmerksamkeit hast, ist, dass du deine Zielgruppe schon besitzt, ohne dass du was dafür zahlst. Du brauchst keine fünf Kameras, du kannst eigentlich alles mit einem Device machen, was zählt ist der Inhalt. Weil den Jump in Content zu machen, das ist ein Jump über die eigenen Securities, aber es gab nie eine bessere Zeit, als es jetzt zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann und zu meiner Linken sitzt der wunderbare Florian. Moin. Ja. Wo ist der Elan? Der Elan ist auf jeden Fall da. Ich freue mich auf die Folge. Ich habe sehr Bock auf das Thema. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir heute alles besprechen, aber ich weiß, dass das Thema, was wir gerade uns überlegt haben, das Thema Content ist. Und ja, Florian, worum geht es heute in der Folge? Ich glaube, die Überschrift könnte sein, warum Content eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Unternehmen ab 2023 sein wird. Ich glaube, wo wir uns schon mal sehr einig sind, ist Content ist King. Und dass heute eine Opportunity besteht auf den Plattformen, auf Instagram, TikTok, YouTube, auch Facebook. und insbesondere über das Shorts-Format an Leute zu erreichen, also Leute zu erreichen, Audience-Größen zu erreichen, kostenlos, die es eigentlich so noch nicht wirklich gab. Also vor ein paar Jahren war das noch nicht so krass, dass man organisch so viele Leute erreichen konnte. Du hast ja deinen persönlichen, privaten TikTok-Account über das letzte Jahr hinweg oder ich glaube auch schon davor ein bisschen immer mal wieder. 2019. 2019 war das, wow, krass. 2019. Ich war First Mover. So ein bisschen nebenbei betrieben, genau. Und hast, glaube ich, mal mit einem Video irgendwie 600.000 Leute oder sowas erreicht, obwohl du wie viele Follower hast? 1.000, 2.000? Da hatte ich noch 300. 300 Follower, genau. Genau, also das sind Dimensionen, die sind einfach richtig krass und ich glaube, dass wir wollen es nutzen, wir wollen es für den Proactiv-Podcast nutzen. Ich glaube, man kann es in fast jedem Business irgendwie für sich nutzen, diese krasse Dynamik und dieses große Potenzial, was dahinter steckt und genau. Ja, ich glaube, wir haben ja auch ein E-Commerce-Business und das ist ziemlich big und das ist auch geil und das wird auch immer irgendwie ein Teil von unserem Leben und auch unserer Wertschöpfung sein. Und das Basic-Prinzip bei einem normalen Unternehmen und insbesondere bei unserem E-Commerce-Unternehmen ist Angebot und Nachfrage. Und was haben wir gemacht, um dieses Unternehmen zu gründen? Wir haben gesagt, wir schauen uns den Markt an und wir schauen nach der Nachfrage auf diesen Markt und gucken, wo die Nachfrage hoch ist und das Angebot schlecht. So Basic, wie es nur sein kann. Dann haben wir unsere Nische gefunden und da war die Nachfrage sehr hoch und das Angebot war schlecht. Es gab nur extrem teure Deutsche oder extrem günstige Chinesen, aber nichts in der Mitte. Und wir haben uns in der Mitte positioniert und haben Kunden von beiden Seiten bekommen. Und das ist ziemlich nice, aber der größte Kostenblock, den wir hatten oder den wir immer noch haben bei diesem Unternehmen, ist Customer Acquisition Cost. Wir zahlen, ich habe mir vor einem Monat mal angeguckt, wie viel zahlen wir in Produktionskosten und wie viel zahlen wir, um das Produkt zum Kunden zu kriegen. Also wie viel zahlen wir an Amazon, wie viel zahlen wir an Versand, all diese Sachen. Und unsere Customer Acquisition Cost ist ein bisschen höher als unsere Produktkost. Als die Produktionskosten. Als die Produktionskosten. 25 Prozent ungefähr. Wir zahlen jeden Monat fast 100.000 Euro nur Customer Acquisition Cost, damit der Kunde unser Produkt sieht, kauft und kriegt. Und ich glaube, wir bewegen uns in einer neuen Welt. Und in der alten Welt ging es darum, Kunde, Business, Geld. Und die Analogie in der neuen Welt ist Content Creator, Content Consumer, Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit kann man, wenn man genug davon hat, irgendwann, wenn man möchte, immer noch in Geld umwandeln. Aber der Vorteil, wenn du Aufmerksamkeit hast, ist, dass du deine Zielgruppe schon besitzt, ohne dass du was dafür zahlst. Und dann, wenn du eine genügend große Audience hast, musst du dir noch nicht mal überlegen, was mache ich jetzt für ein Produkt für die, sondern du hörst einfach zu. Was wollt ihr denn? Wenn wir 150.000 Follower haben oder Abonnenten auf YouTube, gucken wir einfach in unserer Community. Was wollt ihr von uns, was wir für ein Business starten? Wollen die eine, keine Ahnung, eine wöchentliche Mastermind, wo man uns live treffen kann? Wollen die, dass wir eine Online-Universität gründen, wo wir verschiedene Business-Modelle erklären, wie man damit Geld verdienen kann? All die Sachen könnte man sich überlegen. Aber der Punkt ist, die Zielgruppe hast du schon. Diese Custom-Acquisition-Kost fällt komplett weg. Und ich glaube, dass die neue Art von Business zu machen ist, ich mache Content zuerst. Ich rede über irgendein Thema. Wenn ich einen Shop über, wenn ich einen Lego-Shop machen möchte, dann mache ich Content auf TikTok. Wie kann ich, wie baut man Lego-Sets am besten zusammen? Und bauen wir da eine riesen Audience auf, nutzt die Underpriced Attention, die wir da haben. Weil auf TikTok kann man noch ein Video posten, was viral geht, ohne dass du Follower hast. Und das verändert sich bei einer Plattform. Es hängt einfach von der Angebot- und Nachfragedynamik auf dieser Plattform von ab. Wenn da viele Leute gucken, aber keiner postet, dann kann dein einzelner Post natürlich extrem viral gehen, weil die Maschine nicht genug Posts kriegt, um sie an die ganzen Leute, die konsumieren, zu verteilen. Deswegen ist gerade sowas wie TikTok-Reels, Facebook-Reels, sind diese Plattformen besonders gefragt. Und wenn man das macht und den Followern zuhört, dann sagen die einen, was sie für ein Business wollen. Dann kannst du das zu denen shippen. Und Neval, einer unserer Lieblingsdenkern, der hat mal gesagt, im Business gibt es verschiedene Formen von Hebeln. Der alte Hebel von einem Business war Arbeiter. Das war die Sklaventreiber, die einfach viele Sklaven hatten und dadurch Unternehmen machen könnten. Der Hebel danach war Kapital. Das ist die ganze Wall-Street-Zeit, wenn du dein Geld für dich arbeiten lassen hast. Der neue Hebel ist Code und Media. Also Code bedeutet, wenn du irgendeine Software hast, die was für dich macht. Oder Media, du sprichst einmal, aber es hören eine Million Leute. Und wenn du solche Hebel hast, dann kannst du unendliche Wertschöpfung generieren. Und es ist nicht so, dass wir das jetzt theoretisch besprechen, sondern es gibt schon Leute, die machen das. Die ganzen neuen Milliardäre, wie sind die entstanden? Kylie Jenner ist entstanden, weil sie irgendeine Make-up-Brand hat. Und hat aber davor eine Audience. Joe Rogan. Ist das schon Milliardär? I don't know, ich glaube nicht. Er hat ein paar hundert Millionen. Der hat nur einen Podcast. Dann Rihanna. Gut, er hatte natürlich vorher seine Comedian-Karriere. Aber eigentlich ist auch Media. Auch Media, genau. Dann Rihanna hat eine Brand gehabt. Ihre Personal Brand als Rihanna. Und ist jetzt Milliardärin, weil sie irgendeine Bikini-Mode hat. Kanye West war Sänger und ist Milliardär, weil er irgendeine Schuh-Brand hat. Hatte. Andrew Tate ist vielleicht noch nicht ganz Milliardär, aber hat viele hundert Millionen. Und das nur, weil er so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und das konvertiert hat. Er ist jetzt Milliardär. Er sagt, er sei Milliardär. Ich weiß nicht, ob das... Also, ja, keine Ahnung. Warum soll der lügen? Also, ähm... Der Grund, warum... Ich habe das Video gesehen. Der Grund, warum er sagt, er sei Milliardär, ist nicht, weil er eine Milliarde hat, sondern er sagt, wie bestimmt man... Was ist Net Worth überhaupt? Net Worth ist nicht... Ja. Net Worth ist nicht das, was ich auf dem Konto habe oder das, was ich wert bin, sondern ich bin der einflussreichste maskuline Mensch auf der Welt. Und natürlich bin ich eine Milliarde wert. So, deswegen... Ja, okay. Vielleicht ist er doch nicht Milliardär. Aber trotzdem, er verdient, weiß nicht, 15 Millionen jeden Monat. Das ist mehr als manche Milliardäre. Und das sind alles Beispiele. The Rock, ne? Dieser Schauspieler. Der ist auch Milliardär, weil er irgendeine Tequila-Brand hat. Sein Freund Ryan Gosling, glaube ich, heißt der. Der ist auch Milliardär, weil er auch irgendeine Tequila-Brand hat. Das sind alles Leute, die... Jay-Z hat seine Champagner-Brand für 500 Millionen Euro verkauft. Das sind alles Leute, die Media hatten und dann irgendein Produkt reingelauncht haben, was jeder theoretisch machen könnte, aber nur die gemacht haben, weil sie eine Zuhörerschaft hatten. Das sind meistens dann wirklich sehr generische Produkte. Genau. Also was dann natürlich irgendwie zu dem Charakter der Personal Brand passt, wie zum Beispiel Whisky bei Ryan Gosling oder bei irgendwelchen deutschen Rappern. Eistee. Ich meine, es geht auch Flops. Wenn du dich gar nicht damit auseinandersetzt, dann machst du, gibst einfach deinen Namen her für irgendeine Marke, dann floppt das, weil das Produkt richtig scheiße ist. Das Produkt muss immer noch gut sein, das ist wichtig. Das Produkt muss gut sein, aber was ist schwerer? Ein gutes Produkt zu machen oder das Produkt in die Hände der Leute zu bekommen? Und ein gutes Produkt zu machen ist super easy, weil selbst wir konnten das mit 18 machen. Das in die Hände der Leute zu bekommen, ist schwierig. Dann noch for free ist eigentlich unmöglich. Es sei denn, du hast Media. Und deswegen jeder und vor allem das Geile ist, du kannst doch erstmal anfangen und kannst dir dann später überlegen, was du machst. Also jeder, der jetzt irgendwie vorm Bildschirm sitzt und denkt, ich habe Bock 2023 ein Business zu machen, ich weiß aber nicht, was ich machen möchte, würde ich fast sagen, fang an, deine Personal Brand zu entwickeln. Starte einen Podcast, mach unser Model. Starte einen Podcast, such dir vielleicht noch jemanden, mit dem du zusammen machen kannst, film ihn, mach daraus Shorts, poste dir auf jeder Plattform und schau mal drei Jahre später, was passiert und wenn es auch sieben Jahre dauert, bis du bei 100.000 Follower bist. Das würde sich trotzdem lohnen. Und ja, vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich war bei einer Kryptokonferenz und durch Zufall wurde ich von dem Chef einer der größten Kryptofirmen der Welt, den Deutschlandchef, eingeladen zu einem Essen mit Influencern. Da dachte ich mir, welche Influencer kommen denn da hin? Und dann war das einer der größten Finance-Influencer aus Deutschland, mit dem ich da am Tisch saß. Super nette Jungs. Und ich sage jetzt nicht genau, wer es war, weil das ist irgendwie ja auch ein bisschen secret. Und da habe ich einfach so den Gesprächen zugehört und dann waren die Gespräche, ja, ihr macht Content und ihr kriegt einfach einen Referral-Link und wenn Leute über euren Content auf unsere Plattform gehen und sich da registrieren, dann kriegt ihr 50% von dem Umsatz, den wir mit diesen Kunden machen, vor live. Damn. Und das ist eine Riesenplattform und die machen richtig Umsatz mit jedem Kunden. Dann dachte ich mir, was? Die machen Education-Videos und müssen noch nicht mal diese Education-Plattform bewerben, sondern sie müssen einfach nur in den Videos diese Plattform nutzen, aber die haben sie eh genutzt. Das heißt, du musst das natürlich mit deinen ethischen Grundwerten vereinen können, weil sonst bist du kurzfristig komplett raus oder mittelfristig raus aus dem System. Aber für die hat es perfekt gepasst, weil die nutzen die Plattform eh und sie hätten diese Videos eh gemacht, weil sie eh Krypto-Education machen wollten. Und jetzt der einzige Unterschied nach diesem Essen war für die, dass sie halt jetzt einen Link kriegen, wo sie 50% der Umsätze von den Kunden, die sie auf diese Plattform bringen, vor live kriegen. Dann dachte ich, diese Jungs haben jetzt gerade einfach einen richtig krassen, dicken Deal bei diesem Essen gemacht, nur weil sie Content gemacht haben. Und die sind erst ein Jahr dabei. Krass. Hey, vielen Dank, dass du diese Folge bis hierhin gehört hast. Ich freue mich mega darüber. Ja, wenn es dir soweit gefällt, dann nimm dir kurz einen Moment Zeit und teile doch diese Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Wir würden uns riesig darüber freuen und du würdest uns megamäßig unter die Arme greifen. Ja, das war es schon und jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß. Ja, es ist irgendwie so eine ganz neue Welt. Ich glaube, was vielleicht so ein bisschen die Herausforderung ist, ist sich zu fragen, worüber mache ich überhaupt meinen Content? Weil jetzt einfach zu sagen, okay, ich weiß, die alle machen. Ich meine, The Rock ist Schauspieler, Ryan Gosling ist auch Schauspieler und oder weiß nicht, sonst sind die irgendwie Models oder Rapper oder whatever und haben irgendwie diese Aufmerksamkeit und dieses Following ja auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut. Und das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach durch Social Media zack, 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 zack dir ein Following aufpasst. Du musst ja auch wirklich deliveren. Und ja, weil there is no shortcut for it. Und selbst, das ist eigentlich auch nochmal ein Mental Model, was wir jetzt tatsächlich in der Mental Model Folge gar nicht erwähnt haben. Aber ein Mental Model ist, you get what you deserve. Und immer, wenn du versuchst, dir etwas zu holen, was du eigentlich nicht deservst, indem du Leute scammst und sie irgendwie dazu verleitest, dir zu folgen, obwohl sie dir eigentlich gar nicht folgen möchten, obwohl du gar nicht deliverst an Content, dann wird das irgendwie dich wieder einholen. Dass die Follower einfach nicht so engaging sind oder dass halt auch nie einfach wirklich word of mouth stattfindet und das Ganze exponential anfängt zu groan, sondern dass du halt einfach stagnierst und das Ganze nicht so richtig in die Gänge kommt. Und vielleicht sogar dein Ruf darunter leidet und man sagt, ey, was ist das denn für ein Scammer, der irgendwie, es läuft jetzt nicht so richtig. Das heißt, man muss schon auch was finden, womit man wirklich delivert und da was ausprobieren. Ich glaube, wenn man das getan hat, dann ist es richtig geil und dann kann es richtig funktionieren. Ich weiß nicht, wie es, also ich bin gespannt zu hören, was du gleich dazu denkst. Ich glaube, mit dem Proaktiv-Podcast haben wir was gefunden, wo wir zumindest, also ob wir deliveren, entscheidet ihr zu Hause, im Auto, unterwegs, wherever. Aber wir haben zumindest was gefunden, womit wir uns wirklich wohlfühlen. Für mich ist Podcast aufnehmen sowohl eine Challenge und ein Wachstumsdruck für mich, weil ich will hier auch deliveren. Ich möchte hier auch Content liefern, der irgendwie interessant ist. Deswegen mache ich mir auch Gedanken. Der Podcast regt mich dazu an, dass ich mir noch mehr Gedanken in meinem Alltag mache. Und gleichzeitig ist es aber auch Komfortzone, weil wir beide setzen uns einfach nur hin, schalten das Mikrofon an, haben jetzt nicht den krassesten Druck irgendwie, dass wir, weißt du, wir sind auch easy on ourselves. Und dementsprechend ist es für mich sehr entspannt, mich einfach mit dir hinzusetzen und all day long Podcasts aufzuzeichnen. Das macht richtig Spaß. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn so etwas so naturally flowt, dass es, ja, und die Gespräche für uns interessant sind, es mit Sicherheit den einen oder anderen da draußen auch geben wird, der es auch interessant findet und der da auch was für sich draus ziehen kann. Ich bin immer noch der Meinung, wir beide profitieren immer noch am allermeisten von dem Podcast, von den Gesprächen vor allem. Weil, boah, jedes Mal nach jeder Folge, die wir aufnehmen, ist mein Kopf erst mal so, boah, alter, krass, was Florian gerade alles irgendwie gesagt hat. Ich möchte mir direkt am liebsten Notizen machen und irgendwelche Sachen überlegen. Und wenn das so krass ist für mich, sich mit dir zu unterhalten und es vielleicht auch hin und wieder krass ist für dich, sich mit mir zu unterhalten, dann wird es mit Sicherheit da draußen auch für irgendjemanden interessant sein, dem Geschehen zuzuhören. Und genau das stellen wir jetzt einfach auf die Probe und gucken, ob es funktioniert. Wir können nicht sagen, ob wir in sieben Jahren eine Million Follower haben werden oder ob wir in drei Jahren 100.000 haben werden. Who knows? Aber wir probieren es jetzt zumindest aus. Und ich glaube, wir haben was gefunden damit, weil wir uns einfach sowohl challengen damit, als auch in der Komfortzone bewegen. Und wir beide jedes Mal, nach jeder Folge danach haben, boah, das Gefühl haben, boah, krass, wir haben echt was dazugelernt. Und irgendwie fühlen wir uns inspiriert. Und wie gut, dass es den Podcast gibt. Ich glaube, das ist für mich einfach ein Zeichen, dass es jetzt auch Zeit ist, diesen Step zu gehen. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Podcast-Historie, wo wir das nicht gemacht haben. Und aus meiner Sicht heraus auch aus gutem Grund. Ich wurde schon einmal gefragt, hast du das Gefühl oder bereust du es, dass du nicht schon früher die Entscheidung getroffen hast, einfach den Podcast aufzuzeichnen auf Video und Shorts daraus zu machen und das zu veröffentlichen und überall zu posten. Und meine Antwort darauf war, nein, ich bereue es überhaupt nicht, weil ich möchte mir mit der Sache auch wirklich sicher sein, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist auch tatsächlich etwas, was ich über einen langen Zeitraum durchziehen möchte, wo ich lange Lust drauf habe. Jetzt denke ich mir, wow, ich werde wahrscheinlich noch in zehn Jahren Bock auf den Podcast haben. Vielleicht in einer anderen Form, vielleicht in einer anderen Frequenz, vielleicht andere Inhalte, who knows. Aber das Format Podcast gefällt mir so gut und habe ich jetzt über zwei Jahre hinweg bewiesen, dass es umsetzbar ist langfristig und es mir viel Spaß und viel Erkenntnis und Wachstum bringt und irgendwie auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und dass ich einfach Bock habe, das lange durchzuziehen und jetzt bin ich mir so sicher, dass ich sagen würde, okay, let's try this out. Vielleicht ist das eine Inspiration für Leute, die einfach gar keine Ahnung haben, worüber sie Content machen wollen. Sie wissen, sie wollen Content machen, aber wissen einfach noch nicht, worüber. Dass man vielleicht einen ähnlichen Approach fahren kann, zu gucken, was sind denn Themen, über die ich mich ohnehin unterhalte. Vielleicht ist das jemand, der viel Gitarre spielt. Vielleicht unterhält er sich am aller, allerliebsten über Gitarrentech, so Equipment, irgendwelche Paddleboards, die er zusammenbaut und irgendwelche krassen Sounds und sowas gestaltet. Mega geil, wenn das sein Thema ist und darüber am liebsten redet, darauf kann man mit Sicherheit eine richtig geile Personal Brand aufbauen, einen richtig geilen Content deliveren, alle möglichen Produkte vergleichen, alle möglichen Kombinationen, Paddleboard-Kombinationen durchspielen, aufnehmen, Klänge vergleichen und so weiter. Da gibt es ja super krasse Nischen und so weiter. Das Gleiche natürlich für Autos, das Gleiche für Fitness. Wenn man jetzt in den super breiten Nischen ist, im Idealfall hat man das irgendwie nochmal positionierungstechnisch verfeinert. Aber ja, einfach so sein Ding zu finden und es dann auszuprobieren und nicht von vornherein all in zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt das volle Programm, weil, sind wir mal ehrlich, fünf Kameras aufzustellen, erstmal die Datenmengen, die dabei generiert werden, das alles zu managen, es dann zu schneiden, es alleine zu posten. Wir machen aus einer Folge 40 Reels und posten die über drei Accounts auf vier bis fünf verschiedenen Plattformen. das sind 60 Posts. Jeden fucking Tag. Jeden Tag. Das sind auf dem Monat 1800 Posts. Apropos, noch gerade machen wir es nicht. Wir sind drei Tage davor, es zu machen. Wir nehmen diese Folge nämlich vorher auf. Es ist noch vor Silvester. Ich bin aufgeregt, Florian. Ich freue mich richtig drauf. Heute ist der 29. Heute ist der 29. Dezember. Wir veröffentlichen diese Folge aber erst Ende Januar. Das heißt, jetzt erzählen wir von unserem Plan. Im Januar könntest du schauen, wie, oder kannst du schauen, wie erfolgreich der Plan in den ersten zwei, drei Wochen gelaufen ist. Und, ja, kannst ja schon mal schauen. Waren die letzten Tage 60 Posts? Also vier Posts auf jeder Plattform von drei Accounts? Ja, erzähl gerne weiter. Das ist auf jeden Fall Aufwand. Und diesen Aufwand zu betreiben, das ist so ein bisschen für mich, für mich ist es, ich möchte zu allen Sachen, die erstmal auf den ersten Blick cool und faszinierend und plausibel erscheinen, die möchte ich erstmal testen. Und zwar auf ihren Wahrheitsgehalt. Weil ich weiß, sobald ich Ja sage, habe ich da ein gewisses Commitment, eine Verpflichtung und gleichzeitig auch eine Opportunity kostet auf der anderen Seite, was ich dann wiederum nicht machen kann. Und ich weiß, dass all dieses Setup hier, auf einmal die Podcasts nicht mehr nur mit Audio aufzunehmen, was super convenient war, kaum Aufwand, du musst einfach nur deinen Podcast-Mic hinstellen und bei GarageBand auf Aufnahme klicken, Zoom-Verbindung und fertig. Und wir können loslegen. Es ist egal, ob das in irgendeinem schäbigen Hotel ist oder bei mir im Wohnzimmer, ob ich dabei noch, ob ich dabei oberkörperfrei bin, weil ich gerade ein Workout gemacht habe oder ob ich noch in den Schlafanzug bin oder whatever. Spielt dabei gar keine Rolle und auf einmal machen wir jetzt hier dieses ganze Video-Setup. Du musst nach Münster kommen dafür. Wir brauchen eine Person, die uns beim Aufbau hilft. Wir brauchen eine Person, die das Ganze cuttet. Das sind auf einmal Fixkosten, die da zustande kommen. Wir brauchen eine Person, die postet. Ich habe keinen Bock, 60 Posts am Tag zu schreiben und zu veröffentlichen. Das heißt, das ist recht viel Aufwand. Und das von vornherein all in zu gehen, denke ich, ist nicht besonders weise, sondern zumindest erst mal so den Proof of Concept wie auch mit einer Business-Idee. Du testest erst mal mit einer geringen Zielgruppe und holst dir erst mal erstes Feedback zu deinem Produkt. Und das haben wir jetzt. Wir haben jetzt regelmäßige Zuhörer, einfach organisch gegrowt durch Word of Mouth, mehr als ich erwartet hätte in der Zeit. Und wir haben beide, glaube ich, relativ viele Gespräche geführt. Wir haben E-Mails bekommen und die Leute sind sehr dankbar. uns gegenüber und geben uns sehr positives Feedback und das über einen sehr langen Zeitraum und sind uns sehr loyal. Man kann es ja auch alles in den Zahlen sehen. Die Leute hören die Folgen bis zum Ende durch. Die Leute hören sehr viele Folgen. Es ist nicht so, dass man mal eine reinhört oder zwei Folgen oder sowas. Ich glaube, man kann leider nicht sehen, wie viele Folgen im Durchschnitt die Person gesehen haben. Aber ich würde es schätzen, dass es vielleicht so die Hälfte aller Folgen ist. Also die Leute sind tatsächlich sehr, sehr konsistent dabei. Und das ist jetzt für mich so der Proof zu sagen, okay, now I'm ready to take the step and invest. Das ist vielleicht auch wieder so das Probability Mindset, was man da haben kann. Auch ein Mental Model aus der vorherigen Folge. Und zwar, dass am Anfang die Chancen, dass der Podcast, also dass sich all dieser Aufwand hier lohnt, liegen vielleicht bei who knows 10%, dass es sich lohnt. Aus jetziger Perspektive, jetzt haben wir den ersten Proof of Concept, würde ich sagen, vielleicht schon 30, 40%, dass das Ganze, dass wir in drei Jahren 100.000 Follower haben. Who knows? Oder Ende des Jahres. Oder Ende des Jahres. Kann auch passieren. Auf jeden Fall, jetzt bin ich bereit, am Anfang haben wir gar kein Geld investiert, ein Mikrofon gekauft, aber das zählt nicht. Und jetzt sind wir bereit, monatliche Fixkosten von ein paar Tausend Euro auf uns zu nehmen, um das so zu betreiben. Man kann es auch leaner machen. Also du hast vollkommen recht, so wie wir es jetzt machen, ist natürlich sehr unrealistisch für die meisten Leute, einfach so all in umzusetzen, vom Mindset, als auch vom Geld, als auch vom Aufwand. Aber man kann einen Podcast auch mit einem einzigen iPhone machen, was man hinstellt und vielleicht einem Mikrofon, was man in die Mitte stellt oder halt zwei Mikrofone, die man sich kauft und dann ist man 90 Prozent da, wo wir jetzt sind. 100 Prozent, ja. Und du brauchst kein teures Equipment, du brauchst keine fünf Kameras, whatever. Du kannst eigentlich alles mit einem Device machen. Was zählt ist der Inhalt. Und beim Inhalt, da hast du vorhin auch die sehr richtige Frage gestellt, worüber soll ich reden? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die stellt sich jeder, wenn er sagt, okay, ich soll jetzt Content machen, aber worüber soll ich reden? Und ich glaube, als Zuhörer weißt du gar nicht, auf wie viel Gold du sitzt, von dem, was du schon weißt, aber auch, wie wertvoll das ist, auf welcher Journey du gerade bist. Das heißt, statt zu sagen, welchen Content soll ich kreieren, ich kann auch einfach den Content, ich kann auch einfach meine Journey dokumentieren. Also Gary Vee hat mir immer gesagt, document, don't create. und wir createn jetzt auch ein bisschen, aber wir dokumenten. Ja, gerade dokumenten wir. Was ist ein Dokument? Wir sind gerade an einem Turning Point unserer Podcast-Historie, Podcaster-Karriere, kann man vielleicht so sagen. Wir haben jetzt zwei Jahre Podcast hinter uns und jetzt sind wir wirklich ein paar Tage davor, den Hebel nach vorne zu setzen und eine Maschinerie in Gang zu setzen, eine automatisierte Posting- und Reichweite-Maschinerie, ja, die vielleicht klappt, vielleicht total flopped, aber vielleicht auch uns konstant und dann vielleicht auch exponentiell wachsend signifikant unsere Zuhörerschaft erhöht und unsere Reichweite erhöht. Warum wir das wollen, das sollten wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen. Aber jeder hat irgend, also irgendwas willst du ja machen. Wenn deine Dokumentation auch nur ist, hey, ich dokumentiere meinen Weg zum Content-Creator und nebenbei versuche ich noch hier einen kleinen Webshop aufzustellen. Ich habe auf TikTok genügend Leute gesehen, die genau das gemacht haben und jetzt hunderte tausend von Follower haben und alleine durch ihren TikTok-Channel mehr Geld verdienen als durch ihr Business. Aber das Business läuft auch gut, weil sie so viele TikTok-Follower haben. Und was haben die gemacht? Die haben einfach nur ein Online-Business aufgebaut und dokumentiert, wie sie es gemacht haben? Genau. Egal, was sie gemacht haben, sie haben es einfach dokumentiert. Es gibt Leute, die haben dokumentiert, wie sie ein Online-Business aufgebaut haben. Es gibt Leute, die haben dokumentiert, wie es ist, auf der Straße zu leben. Es gibt Leute, die haben dokumentiert, wie es ist, mit einem Mädel, was dokumentiert, wie es ist, mit einem Motorrad durch die nordischen Länder zu fahren. Egal was, einfach nur zu dokumentieren und dabei authentisch zu sein, funktioniert so, so gut. Das ist der Grund, warum Reality-TV so gut funktioniert. Weil Leute einfach das Leben von anderen Leuten spannend finden. Und wenn das real dokumentiert wird, das ist einfach spannend. Und deswegen gucken Leute Reality-TV, deswegen gucken sie Sommerhaus der Stars, deswegen gucken sie Bachelor, deswegen gucken sie all diese Sachen, weil die irgendwie es cool finden, einen Einblick in die Leben von anderen Leuten zu machen. Vor allem, wenn es was mit Risiko und Wagnis zu tun hat und etwas zu tun, was, also Business-Kunden zum Beispiel, jetzt nicht für jeden ein Ideal, aber für sehr, sehr, sehr viele Leute ist das der Traum. Das Angestelltenverhältnis kündigen zu können, um auf eigenen Beinen ein geiles Business zu gründen, was passiv ultra viel Kohle abwirft und richtig cool ist und irgendwie fancy und sowas. Und deswegen, die Dinge zu tun, die andere Leute gerne tun, würden sich aber nicht trauen und das zu dokumentieren, ich glaube, das ist wirklich big. Und dann wird es zur Self-Fulfilling Prophecy, weil alleine durch den Content, den du kreierst, wirst du dann auch selber einfach erfolgreich. Aber es muss noch nicht mal was sein, was andere sich nicht trauen. Es gibt eine TikTok-Creatorin, die dokumentiert, wie sie die Mutter von zwei Kindern ist. Sie dokumentiert einfach my life as a mother, as a stay-at-home mom with two trouble-causing kids. Und das dokumentiert sie einfach. Today I woke up and one of my kids puked on the floor, bla, bla, bla. Today we went to dancing lessons. Und dann sieht man davon aus, das ist einfach nur dokumentiert. Das Problem ist nicht der Content, weil ich weiß genau, was das Problem ist. Wir selber haben Jahre schon über Content gesprochen, bevor wir überhaupt den Podcast gestartet haben. Sag mal wieder, Friedemann, ich habe ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Personal Brand. Und ich immer so, ach Florian, was willst du denn da machen? Und ja, ich weiß, es ist sinnvoll, es ist cool. Und ja, was ist so viel Aufwand? Worüber sollen wir reden? Und so. Und irgendwann hatten wir dann schon einfach lange drüber nachgedacht und dann kam aber auch eigentlich, dann war es auf einmal ganz klar, wir waren Podcast. Aber der größte Grund für mich zumindest war damals nicht, ich weiß nicht ganz genau, worüber ich reden soll, weil ich wusste auch damals schon, dass man dokumentieren kann. Und wir hatten was zu dokumentieren. Wir haben ja versucht, ein Online-Business zu starten. Stell dir vor, wir hätten unser Online-Business dokumentiert von null bis jetzt drei Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das wäre geil. Ich wünschte, wir hätten das dokumentiert. Und wir hätten jetzt viele, 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 viele Follower. Viel mehr, als wir beim Podcast haben. Und zumal wir auch die Zeit von TikTok genutzt hätten, wo TikTok noch jung war. Aber es wird immer wieder neue Plattformen geben, die jung sind. Und der Grund war aber, ich habe mir nicht getraut. Angst. Ich hatte Angst vor dem Judgment. Ich hatte Angst, was Leute hinter der Kamera denken und sagen, ach, was denkt denn Florian, wer er ist? Und er denkt ja auch, er ist siebenmal schlau. Und hast du gesehen, Florian hat jetzt einen Podcast, er ist ein cooler Podcaster. Vor solchen Sachen hatte ich Angst. Und das ist der Grund, warum ich viele Jahre nichts gestartet habe. Ich habe irgendwann mal eine Folge einfach so Probe aufgenommen für so 15 Minuten. Ich hoffe, ich habe die noch irgendwo. Es war noch, ich weiß nicht, hatten wir da überhaupt schon ein Business? Ich glaube, wir hatten gerade ein Business. Ich muss nochmal gucken. Da habe ich eine Folge mal aufgenommen für so 15 Minuten, zu gucken, wie sie das anfühlt. Aber ich habe sie noch nicht bei dir gezeigt. Und das Problem ist, man traut sich nicht. Und das Gute ist aber auch, man traut sich nicht. Das heißt, es gibt noch genügend Leute, die es nicht machen und dadurch ist es wertvoll, es zu machen. Und letztendlich ist es ein Battle um die Attention. Und die Attention ist eigentlich ein Zero-Sum-Game. Es gibt nur 24 Stunden mal der Anzahl der Menschen auf der Welt, Attention auf der Welt. und wir wollen ein kleines Stück von dem Kuchen haben. Aber wir konkurrieren mit Gary V. Wir konkurrieren mit Logan Paul. Wir konkurrieren mit Andrew Tate. Wir konkurrieren mit, wie heißt der, Jimmy, Mr. Beast. Wir konkurrieren mit all den großen Creatoren, die jetzt gerade irgendwie groß sind. Und konkurrieren wir um die Attention des Zuhörers. Und das ist hart. Aber wir können einfach nur durch Dokumentieren so authentisch sein, dass man uns trotzdem gerne zuhört. Und wir dokumentieren jetzt nicht so richtig krass. Jetzt gerade dokumentieren wir. Manchmal reden wir aber auch einfach über Themen, über die wir uns Gedanken machen. Aber ich denke, das Model in 2023, hey, ich war Unternehmensberater oder ich war Unternehmensberaterin und jetzt will ich mich selbstständig machen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich dokumentiere jetzt den Weg. Heute habe ich ein Buch gelesen und das waren meine drei Erkenntnisse daraus. Ich will jetzt, morgen will ich genau diese Steps umsetzen aus dem Buch. Okay, ich habe diese Steps aus dem Buch umgesetzt. Das ist passiert. Das war ein bisschen anders als beim Buch, aber das sind meine Erfahrungen damit. Jetzt nehme ich mir vor, das und das zu machen. Heute habe ich diesen Online-Kurs mir gekauft und werde jetzt das umsetzen. Heute baue ich meine eigene Webseite. Also du kannst alles dokumentieren, was du machst auf TikTok, nur mit deinem Handy. Du hast alles schon da. Und ich glaube, es stimmte in jedem Jahr und mit jedem Jahr wird es auch schwieriger, das zu machen. Aber niemand wird es bereuen, jetzt im Januar 2023 damit angefangen zu haben. Das denke ich auch. Florian, wollen wir jetzt das mega proaktiv Imperium aufbauen, 200.000 Follower und die dann in Geld umwandeln oder was ist unsere Mission? Warum wollen wir überhaupt diese, warum wollen wir überhaupt, dass mehr Leute uns hören und warum wollen wir unsere Audience vergrößern? Geht es uns darum, dass wir dann am Ende ein Eistee auf den Markt bringen und unseren Zuhörern was verkaufen oder wird der Proaktiv-Podcast irgendwann kostenpflichtig und es gibt den nur noch kostenlos, den nicht vollständigen Content, den Teaser-Content und dann irgendwann muss man dafür bezahlen? Oder was ist die Idee dahinter? Warum wollen wir überhaupt Content aufbauen? Also der Proaktiv-Podcast, äh, nicht Content aufbauen, Follower. Der Proaktiv-Podcast, wer jetzt ist, wird immer in seiner Form so bleiben und wird nicht kostenpflichtig. Amen. Es kann sein, dass irgendwann, keine Ahnung, wir Coaching-Sessions oder so anbieten, die dann vielleicht auch als Podcast oder so aufgenommen werden, die dann vielleicht kostenpflichtig sind, aber diese Form von Podcast, die wir jetzt gerade haben, wird immer for free sein, versprochen. Und es, wir haben es ja auch nicht nötig, unsere Followern Geld umzuwandeln. und ich glaube, dass, dass alleine eine Audience zu haben, selbst wenn du die Audience nicht monetarisierst, einen richtigen Impact haben kann auf alles, was du machst. Gary Vee hat seine Audience noch nie monetarisiert. Es gibt noch nichts, was er an seine Audience verkauft hat. Das ist vielleicht irgendwann seine WeFriends nach 20 Jahren. Aber trotzdem, auch das sind Investments hoffentlicherweise. Das sind auch Investments und es ist genauso wie der Podcast als Konsequenz hat, dass wir uns besser rhetorisch ausdrücken können. Gibt es noch andere Konsequenzen von Followern, außer, dass wir Geld von den Followern nehmen, weil ich will eigentlich kein Geld von den Followern nehmen. Was ich aber machen würde, ist, wenn ich in unserer Follower-Schaft merke, hey, wir wollen unbedingt One-on-One-Coachings haben oder wir wollen unbedingt, dass ihr all euer Wissen in einen Kurs packt, so richtig Schritt für Schritt und uns folgende Sachen erklärt. Okay, dann würde ich sagen, ihr habt gesprochen, wir machen uns die extra Arbeit, wir setzen das um und dann verkaufen wir das. Aber das ist quasi, die Nachfrage muss aus dem, aus dem, aus der Follower-Schaft kommen und nicht wir sagen, ja, wir machen irgendwie ein Getränk, machen Proaktiv-Podcast drauf und sagen, ja, kauft das mal, weil das bietet ja zero Mehrwert. Deswegen, der Plan ist, erstmal eine Audience aufzubauen und dann zuzuhören und dann zu sagen, was wollen die. Und wenn die nichts wollen, dann wollen die halt nichts, machen wir einfach weiter und bauen die Audience weiter auf und auch dadurch öffnen sich Türen für uns. Wir kommen dann an Tische, hey, das sind doch die Proaktiv-Boys, die haben Einfluss und die hoffen alle, dass wir die mal in unserem Podcast nennen, was wir nie machen werden, aber dadurch werden wir eingeladen an interessante Tische, interessante Gespräche und ja, das ist so die Vision, denke ich. Ja, für mich ist es tatsächlich von vornherein so gewesen, dass ich den Podcast mit dir auch machen würde, vielleicht nicht so technologisch, aber wenn ich wüsste, dass nicht eine Sau zuhört zu Hause, dass keine Person draufklickt, würde ich trotzdem es extrem wertschätzen, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, uns jede Woche ein bis zwei Stunden hinzusetzen und einfach ein geiles Gespräch zu führen. So, und jetzt habe ich festgestellt, dass das vielen Leuten gefällt, was wir hier erzählen und dass es ihnen weiterhilft, dass es ihnen Sicherheit gibt, dass wir ein Zuhause darstellen für unsere Zuhörer, ein emotionales Zuhause vielleicht dadurch, dass sie sich bei uns verstanden fühlen, weil wir in ähnlicher Terminologie reden, in ähnlichen Mental Models, in ähnlichen Denkmustern, einfach und auch die Welt auf eine ähnliche Art und Weise sehen wie unsere Zuhörer und dadurch fühlen sich die Leute einfach, ja, geborgen bei uns, gut aufgehoben, vielleicht inspiriert und ich will nicht sagen, dass das bei jedem so ist, auf keinen Fall. Bei uns ist es, denke ich, wirklich so, wir sind so narrow und auch ja so persönlich, dass es, glaube ich, 99 Prozent der Leute, wenn die den Proaktiv-Podcast hören, also wenn man es jetzt einfach querbeet distributen würde, würden 99 Prozent der Leute sagen, was ist das denn für ein Scheiß, da habe ich keinen Bock zuzuhören, anderthalb Stunden unterhalten die sich über irgendwelche mentalen Modelle, äh, what the fuck, ich will Netflix gucken. So, aber bei einem Prozent der Leute haben wir, glaube ich, einen dafür umso höheren Audience-Podcaster-Match, wenn man es so nennen kann, also einfach eine sehr starke Verbindung zueinander und die große Macht des Internets ist es ja, dass wir, ja, das Ganze nicht nur auf lokaler Ebene beschränken müssen und dementsprechend nicht begrenzt sind auf, wenn wir das jetzt irgendwie live in einer Halle machen würden und da 100 Leute zuhören, sondern wir können ja ganz Deutschland, ganz Österreich, eigentlich den ganzen deutschsprachigen Raum zumindest schon mal beliefern damit und all diese Leute möchte ich gerne finden, weil ich möchte gerne diese intensive Connection zu diesen Leuten aufbauen und für die jemand sein, der sie im Alltag begleitet und gleichzeitig aber auch wissen, die Leute, die uns zuhören, die denken auch wirklich so wie wir und ich möchte die Leute, die nicht so wie wir denken oder jetzt nicht eins zu eins, aber die, ich bin natürlich auch offen für konträres Denken und Diskussionen und so weiter, finde ich auch mega cool, aber die Leute, die es so komplett ablehnen und die in einer ganz anderen Sphäre leben, die so komplett in der Matrix Leben und sowas, die möchte ich gar nicht, dass die uns zuhören, die möchte ich gar nicht in unserer Community haben, sondern ich möchte am Ende ein Pool kreieren an Menschen, die rausgefiltert sind, die mehr wollen aus dem Leben, die mehr bereit sind, mehr zu investieren, mehr Eigenverantwortung zu investieren und sich weiterzuentwickeln und wenn du solche Leute hast, weißt du, und wir mit denen sprechen können, wenn wir mit euch zu Hause sprechen können, das ist doch gigantisch, das heißt, dann könnten wir zum Beispiel sagen, hey, an alle unsere Zuhörer, Ticket ist kostendeckend, ist mir scheißegal, ich will einfach nur eine geile Konferenz machen mit euch, ich möchte, dass ihr euch kennenlernt und dass ihr miteinander netzwerkt, und dass wir auch euch kennenlernen, auf jeden Fall, ich meine, Homozi, auch Alex Homozi, wer den nicht kennt, auf jeden Fall mal abchecken auf YouTube, super cooler Typ, verdient sein Geld oder macht sein Profit durch seine Social Media Präsenz und seinen Content, er haut unglaublich viel Content raus, indem er nichts verkauft, sondern eigentlich in Leute investiert, deswegen heißt seine Seite, seine Website auch acquisition.com und wenn wir diese Leute erreichen und untereinander vernetzen können, wir können mit denen in Kontakt treten, man kann Kooperationen machen, vielleicht ist es auch einfach nur ein cooles Treffen, die Leute können untereinander Kooperationen machen, stell dir vor, du suchst einen Business Partner, wo sollst du den denn finden, so, aber du weißt, hey, der hat auch die Hälfte oder alle Folgen vom Proaktiv Podcast gehört, ey, wir haben ein ähnliches Fundament und das ist dann, glaube ich, einfach ein richtig cooler Ressourcenpool und genau, nächster Step natürlich auch, ich finde es auch, ich will auch offen und ehrlich sein, also, ich habe überhaupt kein Interesse, den Podcast-Content zu reduzieren, um ihn dann zu verkaufen, aber on top of that, wenn Leute sagen, hey, ich habe Bock, also wir geben alle Goldnuggets kostenlos raus, aber ich habe Bock, ein Mentoring bei euch zu haben, weiß nicht, ob wir das jetzt machen, also jetzt gerade, wenn mich jetzt gerade jemand fragen würde, nein, passt überhaupt nicht, aber vielleicht sind wir dann irgendwann an einer Stage, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt nur noch irgendwie, wir haben jetzt vielleicht nur noch ein Business, wo wir selber halbwegs drin oder einfach nur noch als Chairman beziehungsweise nicht als Chairman, sondern als Advisor sind wir in verschiedenen Businesses drin, mache jetzt nur noch Podcasts und wir machen One-on-One Mentoring, Angel Investment oder whatever, wer weiß, was in zehn Jahren ist, dann könnte ich mir vorstellen, hey, dass sich da coole Synergien, coole Deals und sowas ergeben, genau, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist für unsere Leute da draußen, für unsere Zuhörer, für dich letztendlich, wir werden den Content nicht reduzieren, wir werden immer nur mehr und mehr bringen, herausbringen, wir wollen einfach mehr Leute erreichen und wir wollen am Ende eine coole Community kreieren, die einfach präselektiert ist. Und ich will auch einfach Recht haben. Wir haben jetzt gesagt, dass das Content, dass das das nächste große Ding wird und eigentlich ist es offensichtlich, aber ich möchte halt in zehn Jahren sagen, habe ich damals gesagt und ich habe es nicht nur gesagt, sondern ich habe es auch gemacht und das baut auch Credibility für die Zukunft auf und das baut auch Credibility beim Zuhörer auf und weil wenn ich jetzt, wenn wir das nächste Mal, wenn das jetzt klappt und dann in fünf Jahren sagen wir, hey, das ist das nächste große Ding, vielleicht sind sie ein bisschen schneller und sagen, ey, die haben mir schon so oft gesagt, das ist das nächste große Ding und wir hatten immer Recht, jetzt execute ich mal wirklich. Weil den Jump in Content zu machen, das ist ein Jump über die eigenen Securities und das hat bei uns drei Jahre gedauert. Dementsprechend verstehe ich es, wenn es lange dauert, aber es gab nie eine bessere Zeit, als es jetzt zu machen und ja, wir laden jeden dazu ein, auch einen Podcast zu machen oder auf TikTok seine Reise zu dokumentieren. Ich glaube, das wird sich sehr, sehr doll lohnen. Ja, cool. Und falls ihr uns auf unserer Journey unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich über jedes, jeden Follow auf allen möglichen Plattformen. TikTok, YouTube, LinkedIn, Spotify, Spotify, Apple Podcast. Genau. Und natürlich über jede Empfehlung. Also, falls euch der Proaktiv-Podcast am Herzen liegt, wenn ihr uns cool findet und wenn ihr die Folgen cool findet und den Content gut findet, dann, ja, teilt die Folge gern mit Gleichgesinnten und Florian, ich bin hardcore gespannt auf die nächsten Wochen vor allem, auf die nächsten Monate, auf das nächste Jahr, auf das kommende Jahr. Ich glaube, 2023 wird geprägt von Content, auch von Business-Erfolgen. Ich habe da große Pläne, du hast große Pläne. Insofern, es wird ein sehr spannendes Jahr. Cool. Top. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.